viel abgraden ja das ist ja nicht lange hier erkunden du vogel ich lese die nachricht keine sache aber wenn du das fünfmal schreibst dann bringt das nix muss ich einfach wieder manuell erkunden gehen weil das weil meine schiffe sonst ja das braucht ein bisschen viel forschung würde die habe ich gott sei dank ausgeschützten der forschen und schlachtschiffe ich glaube das bringt den grad mehr als mir ich habe überlegt hat noch irgendwo ein habitat zu bauen aber jetzt da dir der khan da ist sollte man vielleicht doch ein bisschen die flotte gehen hier schon sieben handelswert solche die station bauen wir mal zum handelsstation aus weil ich habe leider keine regierung in eben kein stück ready für krieg ich war schon mal ready für krieg war schon mal irgendwann das war so da waren die dinosaurier noch am leben dachtschiffe bauen bitte danke minus 50 einfluss sagen nicht alle auf die aromen ja wohl läuft danke wohl ja der chat ist auch gerade sehr sehr gnädig mit mir eben was schlimmer ich bin in der schlachtschiff massenproduktion das war traurig wenn eine schiffsklasse alles dominiert weil keine ahnung dafür bräuchte korbetten also ich finde es besser wenn wirklich so ein spiel mal so gebalanced wäre dass die auch wirklich was wirklich sinnvoll ist entsprechende flotten kombinationen zu bauen also was weiß ich ein träger für eine flotte und dann halt so wie die heutigen flotten aussehen und dann zerstörer vielleicht kreuzer kreuzer werden heute nicht mehr gebaut schlachtschiffe werden heute auch nicht mehr gebaut im prinzip bestehen glaube ich die flotten heutzutage nur noch aus trägern zerstörern u-booten kann wird immer größer das sind doch der will auch essen er macht sich krass macht sich richtig krass weiß ich verbinde mich mit dem kahn natürlich saurus und loiko ja und da werfte ich ihn genau ja nur um saurus und loiko zu töten macht es bewirfte ich den karten sag mal was braucht der so lang der kam nein mein konstruktionsschiff dem habe ich eigentlich mal ein auftrag geben dass der hier ein paar stationen bauen der haupt immer noch dran er ist wirklich das dick ist wirklich langsam schlachtschiffe werden auch gebaut wenn du heute tag noch schlachtschiffe gebaut ich dank dir ich dank dir schiff dank dir wirklich schlachtschiffe sind heutzutage vollkommen veraltet dieses konzept wie man von schlachtschiffen das ist es veraltet das macht keiner mehr amerika nein die brauchen keine schlachtschiffe bauen träger die bauen zerstört sie bauen tonnenweise an trägern flugzeugträger u-boote schlade kein schlachtschiffe entwickelt neue hat warum sollten warum sollten die es tun von doch zerstörer und die einen auf japan machen oder wird ja klar nee nicht man sei sondern auch guck mal wir haben riesiges schlachtschiff das hat uns zehn jahre gebraucht zum zum bauen auch mister da kommt ein flugzeug macht es kaputt an sei ich bleib beim bein sei alter atomwilz wir haben kaum küste was willst du mit deutschen schiffen nix schlachtschiffe sind eigentlich da um einzustecken und auf entfernung auszuteilen aber durch aktuelle raketensysteme ist das eigentlich vollkommen sinnlos und ja wenn du eine luft überlegenheit hast dann machst du das ding weg mobilisier mal weiter wenn man denn die junges welt ist man die kiste frei welt ich brauche hier eine gegen klinik superantrieb auch mal akk will den flugzeugträger kaufen ja ich glaube es war mehr so wahlkampfgelaber deutschland hat nichts von dem flugzeugträger ein stück aus dem flugzeugträger aus dem flugzeugträger ne der ist noch drin ist nur nicht mehr synchron kaputt du bist noch drin oder ich bin noch drin aber das war saurus ja aber wie gesagt der ist auch noch drin geht auf jeden fall weiter beherrschaft der natur ist mal geil aber ich brauche imperiales vorher schon vor recht geboren in der lehre ja ok nehme ich heute mal das oder für dich ist geboren in der lehre gerade sehr gut ja nehme ich erstmal geboren in der lehre aber imperiales vorher schafft auch was ich glaube das event war sehr groß ich weiß nicht welches event cool geh in klinik ich weiß nicht warum ich auch andere zwei slots geschenkt bekommen habe ja schlachtschiffe bauen warum ist der happy handlich die erste verteidigungslinie ist gefallen ein neues konflikt hat eröffnet wo kann ich das ding jetzt erweitern es ist eine entscheidung ja da steht nix hast du es erforscht ich habe geboren in der lehre gemacht sind da alle frei dann steht da mach ich mal das das dürften normalerweise nicht alle freischalten das musste immer noch erforschen ist die forschung vielleicht frei ich weiß nicht welche forschung das sein soll wo ist denn dieses notsignal wo ist denn jetzt diese blöde piraterie da da ist klar das ist genau wie in jedem anderen paradox spiel erstmal durch alle menüs klicken ich glaube das mache ich eigentlich in jedem spiel erstmal durch alle menüs klicken der schlachtschiffe genau da neue forschungsoptionen ach manno fortschrittliche weltraumhabitate warum eine legierung eine legierungswelt da luxusgüter verteilen kunstbundament ausstellen ich wollte schon zeigen das hat auch keine große flotte oder ne sieht sehr lustig aus die station boom 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 tot nehmen wir dich hier und bauen wir den scheiß wieder auf special project komplett regernirativen rumpfgewebe regernirativen rumpfgewebe die meisten sind gar nicht happy we have established a new planetary base system survey complete situation log updated genklinik ach die das finde ich jetzt gar nicht toll ach 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 erst mal ein bisschen was investieren ich hab doch genau ich hab'n kriegsgott eroberung du solltest erst mal dich verdüseln initiativen taktischen hä wo was flotte ausgewichen nach da unten irgendwo ne sterntore ich kann sterntore reparieren kurz was der alles kann ey ah hier fortschrittliche Habitale Forschung ist immer möglich äh ich brauch aber erstmal was anderes was von mir aus ach ach komm schon jetzt hab ich wieder diesen blöden einen äh ne der ist jetzt ein Arbeiter der frei ist gut hopp ähm du jetzt ist er raus hm jetzt ist er raus so ich glaub das mal wenn das war so loco ja ich denk mal du willst ähm 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 äh äh am ende sind eben nur noch mehr zwei und zwei ehemalige spielerreiche ähm ähm äh was war das jetzt hier äh ähm äh hm hm acho eigentlich sollte ich hier viel mit sehr viele wirtschaftst so wollte ich hier sehr viele wirtschaftszonen bauen dieser planet unterstützt nur vier gebäude was wieso was im grunde ist nach der beschreibung dieses endboss ist gleich mit der toten aus gott so schlimmen sie jetzt auch ich überlege das wird ja unser bisschen forschungshabitat so lange lebst wie wenn ich so lange lebe ach ja genau ich habe ja krieg ich habe es ganz vergessen nudel 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 soja ist weg jetzt können wir lästern ok jetzt erstmal gucken was hat das für eine stärke das ding nein wieso station ist noch nicht fertig da hat eine flotte und zwar so eine recht starke ich glaube ich verliere ich das ist nur korrekt mag nicht silber safe die machen muss na immerhin kommt das kommt der kahn nicht so zu mir durch beugt sich das ist jetzt wer ist das da wo sich der kann reingefressen hat jetzt frisst er sich weiter er kann jetzt durchfliegen und wird sich in regime auf freude kristallkugel cool eine weitere verteidigung der möglichkeit die es gibt ist den kahn in einem jungen stirbt polisar system zu bekämpfen die schilder weg frage des tages wo ist denn ich brauchst also ich hatte doch diese komischen mit den vorfahren wo ist der hin situationsprotokoll ja dieses mit den ganze zeit wo ich dann hier was gefunden habe archäologische städte die boah der baul ja das ist ein relikt nur den habe ich nicht ja geil jetzt wird mir von an der anderen seite der krieg erklärt wir wollen es wissen wir wollen es einfach wissen ach du ach das ist ja damals da ist ein system da kannst du noch ein oder wurde ach da ja ich habe es gefunden ja ich sehe es anspruch ja von mir aus das sind 22 22 mal 2 k man verstärken aber ich habe weil da war gerade die aktuell nicht die wirtschaftsleistung von meiner flotte zu verstärken damit ist der kahn rennt mit der 25.000 herum ich finde es halt auch lustig die kai denkt sich halt die wird von da unten kommt dann langsam der tod auf die zu marschiert und die so ja kommen wir machen noch mal intern krieg wird geil auch ich habe das orakel jetzt hat der da sondern jetzt ließ ich bin ein guberneur haben guberneur 9 ich merke gerade ich habe ein problem ich muss ich komme langsam an mein flotten cap noch das wäre schön wenn ich langsam rankommen würde ach das sind auch schon wieder 4.000 4.000 und da oben wahrscheinlich 4.000 ja ne 5.000 ist doch scheiße schon wieder vorher schafft es gibt flotte noch bräuchte ich jetzt eigentlich dringend 5k flotte ja das ist so cool was weißt du was lustig wäre wenn ich hier noch mal reinkomme rein springen versuche das ding zu erobern machen noch alle grenzen auf ich mache keine grenzen auf alter da kommen ja auch mehr ach das willst du mich verarschen zum ständen mongos naja dass die schlacht verliert und mal wieder bin ich tot wieso haut der ab der kriegt die station doch lang ganz einfach geplättet oh shit der kahn frisst weiter ja wenigstens sterben wir dann alle ne mhm toll oh und klimatärer forschung super bringen wir nur nix mehr was zum fick was kämpft ihr da rum gegen was kämpft ihr da ich habe keine ahnung meine flotte ist irgend hat sich irgendwo hin zurückgezogen ach nachtbarsystem ich baue jetzt überall wo es möglich ist einfach ein ähm äh ein bunker ich habe meine bunker ja jetzt ist es auch auch nur noch bunker nix anderes es ist so lustig die flotte verreck gegen meine heimatstation weil die einfach nicht angreift hold on wer ist wer ist korrupt du bist korrupt gratulation du kommst in ruhestand dafür habe ich jetzt das orakel schade das klo verhalten alter da würde ich tonnweise von so ist wirklich drei systeme verlieren in basen verschobener planet welche geile welt wow eine 15e 4,1 k verteidigung hier das würden die flotten schon mal aufhalten so ist das jetzt nicht scientific breakthrough achieved toll oh jetzt haben jetzt haben sie auf einmal die raumstation erobert da fliegt die 3k durch die gegend ach ist das geil vor allem jetzt krieg ich die ganzen Sachen für die reichsverwaltung konstruktion komplett läuft wirtschaft bricht zusammen ja ist klar genau in die das wäre so lustig wenn ich das jetzt gewinne alter die sterben ja wie nichts habe ich irgendwo gase ich habe kein gas die sache ist die der hat nämlich jetzt keine schiffe mehr vielleicht kriege ich also ich würde gern what oh ki danke gut ich danke dir ki ach schade ich dachte wir gehen alle gemeinsam unter jetzt gehe nur ich unter schlachtschiffe kann mir nicht jemand helfen bei vorlage erstellen schlachtschiffe da in silva jo wollten die mir ressourcen geben hab nix ja 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 ist ein meiner grenzverschsstص ist 4k stark das hätte ihn schon weitaus stärker aufgehalten boom jetzt dahin manager umrüsten status quo verhandeln ich würde zwei systeme verlieren neuer kann ach genau das hat sich jetzt alles ist alles umgefallen ob das war dann ordentliche leistung ich hoffe meine station krieg besiegt mit meiner flotte oder krieg ich kann ich bei normalen raumstation mich heilen da komme ich leider nicht hin einfach erstmal die flotte ich habe schlachtschiffe erforscht steckt die flotte sonst tot wieso magst du mich nicht ich hätte gerne eigentlich eine dynastien aus frauen namen gewinnen ja auch so dauerlich gott sind meine schiffe fertig meine schiffe sind fertig aus warum bist du nicht fertig muss umgerüstet werden was habe ich denn hier noch absoluten auch jetzt kommt er wieder mit seiner flotte ganz ehrlich ganz ehrlich hier kriegst du kriegst die scheiße hallo da fick dich das erste werden wir das akzeptieren ok was denn ich habe kandidierungen zurückgekriegt glaube ich ach da ist ja gar keiner drin ach gott schon ich werde mich fürchterlich an dir rächen immer wieder herstellung man hat die ja auch hat 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 nix da doch ich habe nix getan nix zum rächen alter 3000 ich habe noch nicht was ich habe ich hab ne ahnung abgemacht das wird auch immer teurer ey fliegt doch schneller mutanfeld entdeckt cool was ehrlich hier ich bin ich bin ich bin mir das regenerative beruf ich bin mir jetzt dunkle materie bitte walur sucht walur findet was denn walur ah du hast einen flor was ist das flor flor ist eben flor kennst du keinen flor nein kennst du keinen flor was ist das kann man das essen kann man das trinken jeder kennt flor flor ja genau aha ne der kahn der ist ja inzwischen wieder peace mit allen ist tot er kann ist tot auf dem schirm der letzte bau ach den kenne ich jetzt hat das dann meine gefragen erzählt von euch selbst glaub ich mach diesmal wirklich die organische evolution was mit dem bau passiert möchtet ihr uns was möchtet ihr euch anschließen und das arkeologie projekt und das arkeologie projekt und das arkeologie projekt ganz ganz viele chor ganz ganz viele chor ja toll äh was jetzt der schauer durch den wohl äh was die eindrücken dann lachen nein dass mir alien zuschaut habe ich nichts mehr bereit äh up cool dunkle materie lebt wohl wachstumsgeschwindigkeit bewohner neue entscheidung ermöglicht verleten das ist keine okrupulose schwammwelt oder maschinenwelt ist eine geierwelt zu machen toll dafür habe ich jetzt die ganze zeit ähm die ganzen sachen umgeformt na schöne kacke ja naja die tote welt mache ich erstmal zur geierwelt dann oder ach komm das sind die 20er tote welt die schenke haben sie höher gemacht du kannst alle du kannst alle du kannst alle 10 jahre eine geierwelt aus dem boden stampfen hm 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 ja das blöde ist aber wahrscheinlich nur für planeten die auch existieren ne ja es sind alles das du kolonisieren kannst hm ist der tot wer ist der tot wer hat endboss in solaris der kahn ne er ist kein endboss er ist ein boss aber kein endboss so langsam geht es auch wieder mit der wirtschaft aufwärts er hat ich bin der ist aber der ist der ist ich müsste endlich mal eine... ach genau, das ist Verwaltungs... die Verwaltungswelt soll äh... System Survey complete. Hä? Flottenbefehl wieder rufen? Wo hockst du? Ach, keine Ahnung. Ja, erforsche weiter. Viel Spaß. Mit dunklen Materie. Nur kurz werden, der... System Survey complete. Fehlen der Technologie, ernsthaft? Oh, komm. Ach, Krawelt. Was haben wir denn da? Was, Generator-District? Ne, na, 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 na. Das Ding. Hm, hm, hm. Die sind ja alle noch so günstig, das ist praktisch. Gehen, Klinik. Was? Fabrikstation. Äh, hier wollte ich wirtschaften. Das wollte ich eigentlich hauptsächlich zum wirtschaften. Was? Was? To Enemy Fleet? Wo? Ich bin doch mal irgendwo wieder ausgetraut. Ach, ne. Ich eroberte nur meine eigene Station zurück. Hm... Warum ist jetzt der eigentlich mit... Ne, der ist doch nicht im Krieg mit mir, oder? Der haut nicht ab. Hm... Ach, keine Consumer Gods. Ey, ich hasse das. Ja, aber auch keine. Mami, das 50. Na, toll. Jetzt kommt die Flotte wieder aus dem Nix. Ne, dedicated. Ach, zum Beispiel schon, 5 plus 33. Yes, please. Do not like this. Ich baue jetzt überall Klontanks. Der Gegner hat eine nette Flotte. Ach, du Heilige.